Halleluja! Jahre eine Studie machen, wenn es die ketogene Ernährung jetzt so in dem Zusammenhang auch mit Sport und so weiter erst mal so 5, 6, 7 Jahre überhaupt in Erwägung gezogen gibt. Also wir haben jetzt eine Studie, die schon mal den ersten Stein jedenfalls gibt, um zu schauen, ob es kardiovaskuläre Risiken gibt über längere Zeit, wenn wir uns ketogen ernähren. Und dementsprechend hier eine Studie mit 10 Patienten über 10 Jahre. Jahre. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, denn ich habe das so als Präsentation ein bisschen gemacht, damit wir eben auch entsprechend die wichtigsten Sachen auch da drin haben. Denn die Studie ist auch ganz neu jetzt rausgekommen. In Deutschland auch gemacht worden und zwar handelt es sich hier um Kinder, die eben den Glut-1-Defizit haben. Das bedeutet, sie können im Gehirn quasi die Glucose nicht richtig verstoffwechseln und so weiter. Und haben durch eine ketogene Ernährung natürlich dann deutliche Vorteile, weil sie ketogen eben die Ketonkörper nutzen können und dadurch auch weniger epileptische Anfälle hier haben. Oder zum Beispiel irgendwelche Bewegungs- oder Sprachprobleme, so wie ich jetzt gerade, haben diese Kinder eben, weil die Nerven dann nicht mal richtig funktionieren. Es ist nicht genügend Energie da und dann funktioniert alles nicht mal richtig. Und dementsprechend macht man da eine ketogene Ernährung. Interessant, dass diese Studie jetzt endlich mal über lange Zeit auch gemacht worden ist, denn man wollte gucken, ist das Ganze sicher auf die ganzen Jahre? Was passiert mit den kardiovaskulären Risiken? Bekommt man wirklich Arthiosklerose, irgendwie Plagg oder sonst was, wenn man sich High-Fat ernährt oder nicht? So, gemessen wurde das Ganze nach sechs Monaten, nach zwei Jahren, fünf Jahren und zehn Jahren. Und das sind natürlich Kinder, die anders nicht leben können richtig. Also das bedeutet, die bekommen die ganze Zeit Anfälle und die haben eine extrem eingeschlenkte Lebensqualität, wenn sie nicht ketogen unterwegs sind. Und dementsprechend werden diese Kinder, die hier eben untersucht worden sind, werden fast rund um die Uhr jeden Tag im Jahr definitiv in Ketose sein. Und nicht so wie wir auch mal eine Woche irgendwo im Urlaub aus der Ketose sein oder sonst was oder zwischendurch mal ein bisschen mehr essen. Das können die sich einfach nicht leisten, weil sie ansonsten sonstige Probleme eben bekommen. Also wir haben hier die Auflistung der Patienten quasi, was die eben für Mutationen hatten oder was für Probleme sie hatten, was daraus resultiert. Also irgendwelche epileptischen Anfälle, irgendwelche Sprachstörungen und so weiter und so fort. Das ist aber nicht so wichtig. Wichtig oder interessant ist dann eben auch die Keto Ratio, die eben bis zu 4 zu 1 geht zum Beispiel. Das heißt von 3 zu 1 bis 4 zu 1, so im Schnitt das Ganze, je nachdem wie stark man das eben dann braucht. Das sind dann wirklich Ranges, wo wir nicht rankommen, wo wir ganz normal ernährende Leute uns nicht so durchgehend 10 Jahre ernähren würden. Also mit 70, 75 oder gar 80 Prozent oder mehr Fettprozent werden wir mit Sicherheit nicht so lange leben. Deswegen, ja, das wäre irgendwie ein bisschen zu strange. Auf jeden Fall Blutdruck und so weiter sieht man hier hinten auch, das Ganze so entsprechend BMI. Man muss natürlich jetzt auch berücksichtigen, was jetzt natürlich ein bisschen schwierig ist in dieser Studie, wo man das Ganze auf dem BMI jetzt nicht so wirklich schauen kann. Weil der BMI gibt natürlich auch nur den Body Mass Index wieder, Kilogramm pro Quadratmeter. Bedeutet, ob das jetzt Muskelmasse ist oder ob das jetzt Fettmasse ist, das kann man natürlich nicht unterscheiden. Und gerade wenn Kinder sich entsprechend im Wachstum befinden, bekommst du einen Wachstumsschub oder ähnliches, ist es natürlich sehr, sehr schwierig hier den BMI wirklich heranzuziehen. Und auch um zu gucken, ob es sich jetzt um Fettmasse zum Beispiel handelt, ob die wirklich fettdurch eine ketogene Ernährung geworden sind oder sowas oder eben nicht. Das ist extrem schwierig. Also das Alter sieht man hier extrem jung natürlich, aber dann entsprechend 10 Jahre. Da sollte man natürlich erwarten, wenn eine ketogene Ernährung nicht geeignet ist, wenn der Körper nur auf Kohlenhydraten läuft und so weiter und so fort, ihr kennt das Ganze bla bla, dann sollte es ja eigentlich so sein, dass die Kinder nach 10 Jahren irgendwie völlig deformiert wären, dass sie völlige Probleme hätten und und und, dass sie die ketogene Ernährung auf jeden Fall nicht 10 Jahre durchstehen oder halten würden, weil sie ansonsten völlig fehlgeleitet wären. Aber dem ist natürlich nicht so. Die Kinder entwickeln sich völlig normal. Sie sind völlig normalgewichtig und auch die Blutparameter sind völlig normal. Hier sieht man die Blutparameter entsprechend dann auch, wie sie sich über die Zeit entwickeln. Es ist so gewesen in dieser Studie, dass die Blutparameter so ein Jahr danach so ein bisschen erhöht waren. Also je nachdem, worauf man eben guckt. LDL war zum Beispiel ein bisschen niedriger. Der Gesamtcholesterin war halt ein bisschen höher und so weiter. Die Triglyceride war mal hier ein bisschen höher. Aber über die 10 Jahre betrachtet hier sieht man auch, dass das Ganze wieder gesunken ist und auch zum Beispiel bei den Triglyceriden, die natürlich sehr wichtig sind, dann deutlich niedriger waren. Das heißt, der Körper hat wirklich mit dem Fett gearbeitet. Und da kann man eben sagen, dass hier nichts durch die Decke geht mit irgendwelchen Blutparametern. LDL ist jetzt nicht extrem hoch durch die Decke gegangen. HDL ist sogar hochgegangen, das in Anführungsstrichen gute Cholesterin. Es gibt kein gutes und böses. Aber ansonsten ist rein an den grundlegenden Cholesterindaten, die man so nimmt, ist jetzt nichts irgendwie weltbewegendes. Wenn wir hier zum Beispiel Matriglyceride durch HDL zum Beispiel nehmen, den Score, ist der deutlich besser geworden. Auch noch und so weiter und so fort. BMI, wie gesagt, die haben hier am Anfang ein bisschen mehr BMI gehabt, aber trotzdem alles völlig im Normalbereich. Und nachher hat sich das alles wieder normalisiert quasi. Man weiß natürlich jetzt nicht, sind es Wachstumsschübe, haben sie jetzt mal Muskeln dazu bekommen und so weiter. Deshalb der BMI natürlich in der Hinsicht in dieser Studie etwas fehlt am Platz. Da hätte man irgendwie Körperfettmessung machen müssen und so weiter. Aber das kannst du natürlich bei so kleinen Kindern jetzt auch nicht, die in den Dexascan schieben oder sowas. War ja auch nicht Ziel der Studie, sondern Ziel der Studie war es jetzt mal zu untersuchen. Gibt es irgendwelche Risikoparameter, die sich jetzt völlig rausstellen? Hier sieht man das Ganze, also es geht am Anfang immer so ein bisschen hoch hier, weil der Körper natürlich dann auch, ja, entweder du bist gerade hier so in der Phase. Ich meine, nach zwei Jahren zu messen an einem Zeitpunkt, das kann immer mal ein Tag sein, wo man ein bisschen was anderes ist oder so. Vielleicht war ein Feiertag da, dass die Leute dann sich eben mal gegönnt haben. Man weiß es eben nicht. Das ist immer das Problem bei solchen Sachen, wenn man das nicht regelmäßiger macht, irgendwie alle sechs Monate oder sowas. Es gibt dann immer welche, die sieht man auch hier zum Beispiel, hier unten dann Hassepunkte und der andere ist irgendwo da ganz oben. Dann gibt es eben einen Ausreißer, der das Ganze dann wieder mal ein bisschen nach oben zieht oder sowas. Hier sieht man deutlich, dass die Punkte näher zusammen liegen oder hier wird es noch deutlicher, ein Ausreißer mit dabei. Und das spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn man sich hier hinten nach zehn Jahren die Sache anguckt, sieht man, dass die meisten Punkte eben auch deutlich niedriger sind hier. Es gibt oben immer noch einen, aber ansonsten passiert da nicht viel. Die Blutwerte verändern sich also, wie wir sehen, nicht wirklich trotz einer High-Fett-Ernährung über zehn Jahre. Und auch das kardiovaskuläre Risiko ist nicht gestiegen. Es ist nichts dabei passiert. Es ist alles gleich geblieben. Es gab keine Änderungen im BMI, im Blutdruck oder ähnliches. Wenn wir uns jetzt zehn Jahre wirklich ketogen mit 80 Prozent Fett ernähren, sollte man ja laut der allgemeinen Meinung da draußen erwarten, dass entsprechend die Blutgefäße zu plumpen oder was auch immer ist nicht passiert. Also der Blutdruck hat sich nicht erhöht. Und man hat übrigens auch hier entsprechend die Halsschlagader untersucht, ob sich da irgendwelche Ablagerungen ergeben oder sonst was. Nichts ist passiert hier mit Ultraschale und so weiter hat man das eben untersucht. Alles völlig normale Kinder. Und ansonsten stand jetzt auch nichts drin, dass die Kinder irgendwie total deformiert sind, dass es auf einmal irgendwelche Mutanten geworden sind oder ähnliches. Und das ist auf jeden Fall eine erste Studie, die natürlich sehr wenig Daten insgesamt liefert. Da wäre natürlich, vielleicht kommen da auch noch mehr Daten. Vielleicht haben sie mehr Daten genommen, die jetzt auch in weiteren Studien dann eben veröffentlicht werden. Aber so als ersten Hinweis kann man schon mal sehen, dass es hier möglich ist, eine wirkliche hardcore ketogene Diät oder Ernährung durchzuziehen. Täglich ohne Kaloriendefizit, muss man natürlich auch sagen. Die Kinder sind völlig normal gewachsen. Sie brauchen keine Kohlenhydrate, um normal zu funktionieren und so weiter und so fort. Und es funktioniert anscheinend. Also wie gesagt, das sind wirklich Kinder, die sich auch da entsprechend dran halten müssen an die ketogene Ernährung. Sonst haben sie eben deutlich mehr Probleme. Und ich denke mal, das ist schon mal ein erster guter Hinweis, mit dem man arbeiten kann. Ich freue mich jedenfalls, wenn da noch weitere Folgestudien eben zu kommen. Für euch auf jeden Fall schon mal zur Beruhigung. Und generell, dass ihr nicht alle ausrastet und Angst vor dem Fett habt, anscheinend passiert da nichts. Und auch für Kinder anscheinend geeignet das Ganze. Es gibt eben keine Komplikationen bei der Gesundheit. In dieser Hinsicht stand jetzt auch sonst nichts drin, dass es irgendwo anders Probleme gab. Wir sind gespannt, was noch kommt. Das für euch so als kleinen Hinweis. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt selber mal gerne unten rein, wie lange ihr schon eine ketogene oder Low-Carb-Ernährung macht. Ob ihr bis jetzt irgendwelche Risiken oder Probleme dadurch hattet und so weiter und so fort. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Schaut in die Videobeschreibung, da könnt ihr mich gerne unterstützen. Bis dann, euer Daniel.